Ja, hi und herzlich willkommen zum nächsten Wunschkampf von der Spielpirat, der Spielpirat.de Willkommen in der einzigartigen Striker Stadium, blau und wir haben hier zwei Wunschbays, den Hades Kerbex und den Spiral Capricorn Der Wunsch kommt von, ja, dem YouTube-Namen hab keinen, also sprich einer der keinen YouTube-Namen hat Aber er nennt sich Paul und ich denke, schönen Grüß an Paul, danke, du bist bestimmt der Einzige der den Namen hat Ich hoffe, du erkennst dich wieder mit dem Spitzenwunsch, ist auch schon ein paar Tage her Und es wird ein Best-of-Five-Kampf, ich hoffe, er wird euch gefallen Und lasst uns nicht lange zögern, nicht lange warten, viel Spaß dabei, gute Unterhaltung wünscht der Spielpirat Ja, man könnte sagen, das war jetzt so wenig erfolgreich, ja, ich hab gerade, ähm, falsch abgezogen gehabt Und wir fangen nochmal an, ich wünsche euch trotzdem nochmal gute Unterhaltung in der ersten Runde So, es klappt doch Erste Angriffe von Spiral gegen Hayden Kerbex Hayden Kerbex Ist das die Metal-Flatte sich hier in der Arena so komisch anhört oder ist der vielleicht ein bisschen locker Ich werde es gleich mal nach der ersten Runde prüfen Aber ich denke, es ist tatsächlich in dieser Arena, diese Metal-Flatte so klingt Ja, was meint ihr, wie wird es ausgehen? Ich denke mal, dass hier Hayden Kerbex gewinnen wird, das hat auch, ähm, Paul geschrieben, aber ich würde es gerne nochmal sehen Und, äh, ja, hier kriegt er natürlich über maximal fünf Runden, ich denke aber in Richtung drei Runden Sein Beweis, wer stärker in diesem Stadium ist Was euch wundert, manche Nebengeräusche hier im Flugzeug, es regelt auch gerade, sieht aus wie ein bisschen Gewitter Aber ich denke, das darf ich euch dennoch bringen So, Hayden Kerbex mit dem ersten Punkt, 1 zu 0 Prüfung nochmal Spiral Capricorn ist komplett fest Dementsprechend alles korrekt Wir starten in die zweite Runde Schönen Hayden angestoßen, der ist dann prompt über, wo beziehungsweise auf, Spiral gesprungen Und wieder runter, schöne Kämpfe Schöne Moves hier auf jeden Fall, schöne Berührungen Allerdings kostet das ordentlich Spin-Kraft und, äh, die hat nun mal Spiral mit deiner Metal-Flatte nicht unbedingt Und ich denke, hier noch ein, zwei Berührungen Wenn es überhaupt noch dazu kommt und Spiral ist weg Er nähert sich so ein bisschen hier Hayden Kerbex, aber Ja, eins, zwei Oh, vielleicht noch eine dritte Er hält sich jetzt nochmal auf die letzten Sekunden wirklich Ein bisschen Spin ist noch da, aber auch nicht mehr allzu viel Das ist eher ein trauriges Erlebnis So, und der zweite Punkt geht hier auch an Hayden Kerbex Und wir gehen in die dritte Runde und ich hoffe, euch gefällt's Mal sehen, was hier Spiral Capricorn noch ausrichten kann Ein schöner, hinterhältiger Angriff Ja, ansonsten kommt mal vorbei auf der.spielpirat.de Ich denke leicht zu merken, für alle interessant Da gibt's die Wunschkämpfe, die ihr euch anklicken könnt, sicherlich auch bald die Auflistung Welche, ähm, ja, Mittel zur Verfügung stehen Dann haben wir natürlich noch, äh, integriert für die Verlosung, beziehungsweise halt auch für andere Geschichten Ähm, den Chat, ne, von unserem Board Da könnt ihr euch schon mal als Gast einloggen und einfach mal gucken Einfach nochmal einen Namen rinnen und, ähm, mal gucken, was da los ist Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne auf sport.spielpirat.de kommen und, ähm, euch richtig anmelden Ich denke, das ist eine lockere, äh, Geschichte von uns Und, ähm, ich würde es freuen, wenn die Daumen auf jeden Fall für den Kampfauf wieder hochgehen würden Für mein Video, was ich hier drehe für euch Und natürlich, wenn der ein oder andere noch kein Abo hat Wäre schön, auch gerade du, Paul Mach da am besten meinen YouTube-Account Abonniere, Daumen hoch Dann freuen wir uns alle In deinem Sinne, lieber Paul, haben wir hier einen 3-0-Sieg für Hades-Körbex gegen Spiral Capricorn in das Strike Stadium Und bis dahin verbleibe ich Ich stelle liebe Grüße an euch alle Der Spielpiral Tschüss, tschüss Tschüss